ARD Text im Auftrag von Funk Es war ein anstrengendes Jahr Michi, dein Vater ist gerade gestorben, was ist, wenn dir wieder alles zu viel wird? Ich kann dich nicht mit ihr alleine lassen Ich habe seit fünf Wochen nichts mehr getrunken Ich glaube, du bist schlafgewandelt oder so Ich habe das als Kind auch manchmal gemacht Mein Papa hat immer geglaubt, ich mache das irgendwie absichtlich Warum gibt es eigentlich keine Fotos von der Oma? Du erzählst doch nie von ihr Was für Geschichten kursieren von meiner Mutter? Vergessen Sie das Ich sollte keine Mutter sein Das habe ich nicht im Blut Ihr habt es aufgemacht Das hättest du nicht machen sollen Mama Wo ist die Hannah? Du kriegst das Kind nicht mehr Das raus in den Zug Was machst du? Wo hast du gesagt, wir gehen zu den Samenblüdern? Ich erinnere mich Ich erinnere mich